Das Dreifamilienhaus befindet sich an bevorzugter sonniger Lage am Lohenenweg und gehört zum Blümattquartier nordöstlich vom Stadtzentrum von Thun. Die Liegenschaft ist vollständig unterkeuert und beinhaltet drei vermietete Wohnungen. Im Erdgeschoss befindet sich eine Vierzimmerwohnung mit einer Netto-Wohnfläche von 119 Quadratmetern. Die Vierzimmerwohnung im Erdobeschoss ist betreffend Grösse, Raumaufteilung und Höhe mit der Wohnung im Erdgeschoss identisch. Das zweite Oberschoss bietet eine Dreuzimmerwohnung von 88 und ein Studio von 24 Quadratmetern an. Der Dachstock von rund 60 Quadratmetern kann zum Wohnraum ausgebaut werden. Die angenehme Raumhöhe von 2,70 m verleiht der Vierzimmerwohnung eine besondere Wohlfühlnote. Im Herzen der Wohnung befindet sich eine Schiebetür, wo der leichterflutete Wohnbereich mit dem schicken Salon verbindet. Die beiden Zimmer haben mit 24 und 19 Quadratmetern eine komfortable Grösse. Die grossen Fenster bringen viel leichte Träumlichkeiten. Eine Asszelle mit Badwannen und ein Gäbis-Gästen-WC für vollständiges Raumangebot. Die Wohnküche ist voll ausgestattet, bietet Führung Platz für einen Esstisch und verfügt über einen össerst praktischen Vorratsraum. Dort, wo im EG Teppichböden anzureffen sind, hat beim ersten Obergeschoss Parkett verlegt. Besonders erwähnenswert ist der Red- und Tafelparkett im Wohnbereich und Salon. Stellt euch vor, nach einer feinen Nacht tue die Schiebetür zum Salon auf und ladet eure Gäste zu einem Trink bei gemütlichem Ambiente ein. Dank der grossügigen Fläche kann man die beiden Zimmer zum Schlafen als Büro oder als Ateliervariable nutzen. Sogar das Bad wird mit Tageslicht verwöhnt. Die Küche hat die gleiche Ausstattung wie im EG. Einziges Design ist anders. Im Gegensatz zu den beiden unteren Wohnungen hat die 3-Zimmer-Wohnung eine gängige Raumhöhe von 2,40 m. Dachschräge im Wohnzimmer gibt der Räumlichkeit als gewisse etwas. Die Wohnküche ist voll ausgestattet und bietet einen angemessenen Stauraum an. Das 19 qm grosse Schlafzimmer bietet direkten Zugang zur sonnigen Terrasse. Das zweite Schlafzimmer ist noch grösser. Auf 23 qm könnt ihr den individuellen Möblierungswünsch freien Lauf lassen. Auf der gleichen Ebene befindet sich ein separates Studiozimmer mit eigenem Bad. Der Harz Davide Der Harz von der Herzen Der Harz von der 않는 Eine unverbindliche Besichtigung vor Ort, meldet euch bitte unter der Nummer 079 610 19 87 oder per Mail auf beyondi.viagasa.ch Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme.